Hallo Minecraft! Willkommen zum nächsten... ähm, hier... Mausgebildes? Was macht der? Hey, kannst du mir noch einmal die Farbe hier ins Gesicht schreien? Ja? Geht ja mal gar nicht! So, was muss man bauen? Diesmal muss es besser werden als vierte Letzte Male. Also, letztes Mal habe ich ja irgendwie voll abgefeckt und habe trotzdem ein Auto... okay... Ähm, nice, great... nice, great... Ähm, ich glaube, es war ein Pickup... Da habe ich ein bisschen Variation von der Größe... Da kann man ein bisschen eckiger und fanniger und größer bauen... Das war's... Ja, das war's... Okay... Und... Und... Das war's... Du bist ja los dabei... Ich tegel... Ähm... Ich tegel... Ich tegel... Boah, 3 Minuten nur, ne? Nice. Ah, stein mich, stein mich, stein mich. wie schnell er mal probiert zu bauen je ungenauer wird es ich habe keine ahnung was die Zeit sagt ich könnte es auch gar nicht wissen weil ich bin bestimmt schon wieder zu spät jetzt muss ich Gas geben ich habe keine Ahnung Oh, gerade noch, aber es ist ein bisschen, ein bisschen daneben gegangen. Oh, der rolltet, das ist wieder so einer, pass auf, der rolltet bei allem, wo rolltet der rollt. Wo ist er? Yellow. Das ist bestimmt so einer. Sorry. Was sind denn dafür Leute unterwegs? Wir setzen dann Lucky's Block in. Oh man. Oh man. Das ist okay. Da drüber fällt. Ich weiß nicht, wie es im Dunkel ist. Ich weiß nicht, wie es im Dunkel ist. Wie ist denn das? Ein Schuhkarton auf Rädern. Aber es hat wenigstens noch mal Räder. Oh, meins ist nicht zerfallen. Ja. 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 Das ist okay. Hier. Sieht aber ein bisschen aus wie ein Schaf. Ähm. Was ist das? Nein. Nee, 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 nee. meh meh ja sieht auch schon mal Räder hat schon mal Räder, ja? besser wie die ganze gewisse andere mit hier Lapisblock und das sieht aus wie ein Käfer nein das ist doch kein Auto meine Nässe so, gleich bin ich für die Entscheidung, oder? yo bang bang yo 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 ich hab mein erstes game gewonnen yo 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 okay, vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal, ciao mit 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 mit